Wir müssen langsam begreifen, unsere Situation begreifen. Wir müssen langsam verstehen, dass wir unser Leben einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala geben. Du bist selbst eine Waffe gegen die Muslime. Deine Sünden sind der Grund dafür, dass unsere Geschwister getötet werden. Unsere Geschwister in Syrien brauchen unsere Unterstützung. Meine liebe Geschwister im Islam, seid großzügig. Heute sind sie dran, morgen sind wir dran. Jeder in Syrien braucht unsere Hilfe, braucht unsere Unterstützung. Und derjenige, den ich binden kann, mindestens mit Gebete macht. Hillary in Syrien bombardiert. Wir müssen die Überrechte leiden. Wir müssen die Überrechte lesb